FRIENDSHIP Mike Neumann, der Gründer des weltweit größten sozialen Netzwerks FRIENDSHIP, verstarb heute im Alter von 30 Jahren und erlag damit seinen Krebsleiden. Neumann ist neben seinem Erfolg im Internet auch für sein großes soziales Engagement bekannt und geschätzt gewesen. FRIENDSHIP veröffentlichte soeben Neumanns Abschiedsschreiben, in dem er die Menschen auffordert, nach seinem Nachlass zu suchen, den er in seinem Heimatort vergraben hat. Als zusätzlichen Anreiz verspricht er dem Finder eine Prämie in Höhe von 10.000 Euro. Lieber Finder, du hast nun zwei Möglichkeiten. Du meldest deine Entdeckung und kassierst dir 10.000 Euro Finderlohn. Oder aber, du legst diesen Brief zurück und haust damit diesen modernen Märchen noch ein wenig länger Leben ein. Schau dich doch einmal um. Erkennst du das Glück? Diese vollkommene Unbeschwertheit? Siehst du die Freude der Einzelnen, wie sie ihre Sorgen und Ängste für einen kleinen Augenblick vergessen und diese Ruhe fast schon unbewusst genießen können? Du willst etwas bewegen? Hier ist deine Chance. Hier ist deine Chance. Vielen Dank.